Jetzt bin ich das dritte Mal da und heuer schaut es echt gut aus, dass wir die Kompressorroute freiklettern. Ich glaube, ich habe in den letzten drei Jahren so extrem viel dazugelernt und glaube trotzdem noch, dass ich beim Freiklettern jetzt ziemlich ans Limit gehen muss. Dass ich im ersten Jahr mir eigentlich so gut wie keine Chancen ausrechnen habe dürfen. Die Kompressorroute waren wirklich sehr schwer. Aber ja, wir haben es geschafft. Das Mal möchte ich einfach unbedingt frei durch die Heidwall klettern und wenn ich nachher mein Eispickl oben ins Gipflegeisfeld einschlage, dann weiß ich, dass ich schon oben bin. Dann weiß ich, dass ich es geschafft habe und deswegen zählt das für mich sicher mehr als oben stehen am Gipfel.